Alonso, und jetzt die Frage natürlich nach der Schuld. Er fährt ihm auf, also, sorry, der Uteres hat nicht wenig gezuckt. Ein bisschen ist er rübergezogen. Ich würde da keine eindeutige Schuldfrage geben. Das ist eine Ausführung von der Formel 1. Oh, oh! Ja, so, es ist nicht ein Fahrrad, das ist ein bisschen vermittelt. Das ist ein bisschen zu mir, zu ehrlich, Ich war zwei, in die Gravel. Also, er hat sich gestellt, als Guterres, Wie ist der Kaffee gegangen? Und da geht's. So, er ist in der Seite. Und in der Seite geht's. Und Kutieras hat ihn mehr viel früher als er erwartet. Er hat es oft viel früher als er erwartet. Und auf das erste ist.. Es ist ein fahrrad. Als wir an diese Replays sehen, die Reaktion hat tatsächlich...